International Swim Cup Kids Über 1300 Einzelstarts, 404 Teilnehmer, 62 Staffeln und 26 Vereine aus sieben Bundesländern. Die Premiere des International Swim Cup Kids der Schwimmgemeinschaft Schöneberg ist eindeutig geglückt. Wir sind richtig stolz darauf, dass wir überhaupt so viele Meldungen bekommen haben. Wir wurden überrumpelt mit Meldungen aus ganz Deutschland. Und das ist einfach etwas Besonderes, da eben die jüngeren Schwimmer gerade nicht so viel Erfahrung sammeln konnten. Unter anderem sind NachwuchssportlerInnen der Jahrgänge 2008 bis 2016 aus Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen in die Hauptstadt gekommen, um ihre Kräfte im Schwimmen zu messen. Mir gefällt am besten, dass wir hier so viel Spaß haben können. Weil jeder, egal wie schnell er war, trotzdem ein Klatsch wurde und so. Unserem Team ist besonders, dass wir immer zusammenhalten und eine gute Gruppe sind. Im kindgerechten Abschnitt stellen die Jüngsten ihr Talent in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg unter Beweis. Doch anders als bei den Großen bestreiten sie den Wettkampf nur über eine 25 Meter lange Strecke. So findet das Grau-Schwimmen in der Bauchlage statt, welches mit einem Arm- und Beinschlag ausgeführt wird. Die Kleinsten geben hier alles und wachsen durch die Unterstützung der Eltern, Geschwister und Vereinskameraden über sich hinaus. Ich finde es super, dass die Kleineren hier nochmal eine Chance hatten, auch mal einen Wettkampf zu schwimmen. Und das ist ja auch mal schön für die. Weil ich da am schnellsten war und die Goldmedaille geholt habe. Stimmungsvoller Höhepunkt des Cups sind die Superfinals. Hier treten die schnellsten acht der jeweiligen Jahrgänge in über 100 Meter Lagen gegeneinander an. Diejenigen, die zuerst anschlagen, können sich als die besten SchwimmerInnen des International Swim Cup Kids grünen. Ich bin stolz auf, dass alle dabei sind und ich hoffe, dass wir noch mehr Schwimmerinnen und Schwimmer begeistern können bei diesem Sport. Mit über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus sieben Bundesländern und weit über 1300 Starts, setzt die Schwimmgemeinschaft Schöneberg mit der ersten Ausgabe des International Swim Cup Kids einen jährlichen Höhepunkt, der nun zur Tradition werden soll. International Swim Cup Kids International Swim Cup Kids Vielen Dank.